Dankeschön, Michael. Und dann darf ich das Wort an dich übergeben, Marc. Und alle, die gerade die Präsentationssicht kleiner gestellt haben, ihr dürft gerne wieder Grüße stellen. Hallo, dann auch herzlichen Willkommen von mir. Schön, dass ihr heute euch Zeit nehmt für das Thema, wie sieht die Zukunft aus? Das ist, wie du schon sagtest, ein wahnsinnig wichtiges Thema, zwar auf mehreren Ebenen, einmal auf einer gesellschaftlichen Ebene natürlich für Unternehmen ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber auch für jeden Einzelnen von uns, der eine gewisse Orientierung sucht in einer sehr volatilen Zeit. Und wenn wir die Frage stellen, wie sieht die Zukunft aus? Dann ist das natürlich stark verkürzt, weil es gibt nicht die Zukunft, sondern es gibt eigentlich die Zukunft, die wir uns vorstellen. Es gibt die Zukunft, die wir gestalten, die Zukunft, die wir machen. Natürlich gibt es viele äußere Einflussfaktoren, die wir auch nicht immer im Griff haben. Aber vielleicht ist es so ein bisschen wie der Wetterbericht. Wir haben eine Prognose, die mehr oder minder akkurat ist. Sie ist akkurater, wenn sie für morgen stattfindet. Sie ist weniger akkurat, wenn sie in zwei Wochen stattfindet. Und das Wetter können wir nicht beeinflussen, aber wir können es in unserer eigenen Planung mit aufnehmen und wir können es in unserer eigenen Planung mit berücksichtigen. Und wir können uns überlegen, nehmen wir einen Schirm mit, ziehen wir eine Regenjacke an, bleiben wir ganz im Haus oder fahren wir woanders hin. Und in dieser Wettermetapher würde ich auch das ganze Zukunftsthema verstehen. Wir wollen eine Idee haben, wohin geht das Ganze. Und wie gesagt, es gibt nicht die Zukunft und Zukunft, über die wir uns Gedanken machen, werden in der Regel gar nicht so stattfinden, wie wir sie uns vorgestellt haben. Weil dazu ist das Ganze viel zu chaotisch und viel zu wenig prognostizierbar. Wenn wir von Zukunft sprechen und ich würde gerne 70 Jahre Zukunftsforschung auf 30 Sekunden reduzieren. Wenn wir von Zukunft sprechen, würde ich gerne drei Kategorien einführen. Die erste Kategorie ist das Wahrscheinliche. Das ist das Naheliegend. Das ist das, was jeder von uns mehr oder minder gut prognostizieren kann. Also das ist keine Überraschung, wenn Mark Zuckerberg eine VR-Brille auf den Markt bringt, das Metaverse entwickelt, dass Unternehmen irgendwann Pressekonferenzen im Metaverse abhalten werden. Oder dass wir vielleicht mal einen Urlaub oder eine Auszeit im Metaverse erleben werden. Das sind jetzt keine großen spekulativen Anstrengungen, die wir hier brauchen. Wenn man das ein bisschen tiefer angehen möchte, auch ein bisschen wissenschaftlicher angehen möchte, dann ist das das Feld der Extrapolation. Hier finden Trendanalysen statt. Das ist das Feld der Data Analytics. Hier gucken wir uns starke, aber auch schwache Signale an. Expertenmeinungen spielen hier eine Rolle, um die nahe Zukunft auszuloten. Das hat ein kleines Problem, nämlich wir sind auf Erfahrungen und auf Daten angewiesen. Und diese Erfahrungen und Daten, die werden uns irgendwann mal verlassen. Wir haben die einfach nicht mehr. Und jetzt fängt an, der Bereich des Möglichen sich zu öffnen. Ein spekulativer Raum, der hauptsächlich durch Szenarien, hauptsächlich durch Storys erkundet werden kann. Und das ist im Vergleich zu dem Wahrscheinlichen ein eher kreativer Bereich. Während der erste, der wahrscheinlich eher ein analytischer Bereich, ist natürlich eher im Möglichen. Und interessanterweise im März 2023, im letzten Jahr, hat der CEO von IKEA gesagt, naja, bisher war unsere Finanzplanung so auf ungefähr ein Prozent immer sehr verlässlich. Und wir konnten ziemlich genau sagen, wie viel wir umsetzen, mit welchen Produkten, wie viel wir vorhalten müssen. Aber das Turbulenzniveau, die Veränderungsgeschwindigkeit ist mittlerweile so hoch, dass wir das gar nicht mehr können. Und dass wir die traditionelle Finanzplanung um eine Szenarioplanung ergänzen, um zu verstehen, was gibt es denn für unterschiedliche Möglichkeiten, an die wir gar nicht bisher gedacht haben. Und diesen Möglichkeitsraum, wenn man jetzt einen Schritt weiter nach rechts geht, dieser Möglichkeitsraum, der wird natürlich von Science-Fiction-Autoren bis zum Unendlichen gedehnt. Wir sind da im Bereich des Undenkbaren. Und auch das hat in der Gesellschaft seinen Platz. Die ganzen Sicherheitsorganisationen, also die Militärs dieser Welt, laden regelmäßig Science-Fiction-Autoren ein, um zu schauen, zusammen mit den Science-Fiction-Autoren, was sind denn Bedrohungsszenarien, an die wir bisher überhaupt nicht gedacht haben. Und was könnte denn da auf uns zukommen? Und interessanterweise findet nächste Woche in Stuttgart, an der Uni Stuttgart, ein Tag statt, Applied Fiction heißt diese Veranstaltung. Da wird unter anderem ein Vortrag stattfinden, in dem es darum geht, wie man mit Wahlen die Kommunikation mit Aliens einüben kann. Also was völlig absurd erscheint heute, aber vor 30 Jahren erschien das iPhone auch ziemlich absurd. Und es erschien vor 30 Jahren wahrscheinlich auch ziemlich absurd, dass wir alle aus dem Homeoffice arbeiten. Also insofern versuchen wir mit kreativen Methoden, mit kreativen Ansätzen das Undenkbare zu denkbar zu machen. Und auch das nennt eine ganz alltägliche Erfahrung mit unseren Kunden. Ich hatte mich kürzlich mit einem Kunden SAP-Haus unterhalten, und fragte er, wie plant ihr eigentlich? Und da war auch wieder die Aussage, na ja, im besten Fall können wir ja vorausplanen, aber schon allein das fällt uns schwer. Und wir sind dankbar darüber, wenn wir neue Ansätze finden, wie wir auch in einen anderen Planungsmodus gehen. Und das würde ich gerne mit Ihnen ganz kurz machen, in der Kürze der Zeit. Und zwar eine sehr tiefen Methode, und das ist mein Impuls für Sie heute, ein Denkwerkzeug, das ich mit Ihnen durchgehen würde, um den Immaginativen-Möglichkeitsraum etwas zu weiten. Und zwar geht die Übung folgendermaßen, wir suchen uns ein Thema, das kann ein Produkt sein, das kann Ihr Unternehmen sein, das kann eine gesellschaftliche Entwicklung sein. Wir suchen uns also ein Thema. Ich habe jetzt beispielsweise humanoide Roboter als Thema genommen. Wir können auch Brain-Computer-Interfaces als Thema nehmen, oder Innenstädte oder Homeoffice. Und wir schreiben im ersten Schritt ganz viele Annahmen, die wir für wahr und plausibel halten, zu diesem Thema auf. Und das würde ich bitten, jetzt ganz kurz zu machen, eine Minute, suchen Sie sich ein Thema aus, ob humanoide Roboter, Brain-Computer-Interfaces, Innenstädte oder Homeoffice, nehmen Sie sich ein Thema und schreiben Sie sich ganz viele Annahmen auf. Also eine Annahme könnte sein, 2024 Roboter haben kein Bewusstsein. Das könnte eine Annahme für 2024 sein. Oder eine Annahme für das Thema humanoide Roboter ist, Roboter sind aus Carbon gebaut. Das wäre jetzt eine Annahme. Und vielleicht mal als Übung schreiben Sie sich auf ein Blatt Papier ganz viele Annahmen zu einem der gewählten Themen aus. Und dann schauen wir, wie wir damit weiter verfahren. Okay, dann würde ich sagen, wir dürften so jetzt fünf, sechs Annahmen zu Ihrem Thema haben. Vielleicht sind es auch schon zehn. Dann würde ich sagen, aus Zeitgründen machen wir hier einen ersten Cut. Was wir erleben hier, ist etwas, was wir in Workshops durchführen. Also wir machen wirklich in 20 Minuten das, was wir in zwei, drei Stunden auf längeren Workshops durchführen. Die Kirsten Grauhahn, die heute hier auch mit dabei ist, hat das schon erlebt. Wir haben das für die Regionalgruppe in München, haben wir einen Workshop durchgeführt zusammen zu diesem Thema, mit diesem Ansatz und haben, wie ich finde, sehr, sehr spannende Ergebnisse zur GWÖ herausbekommen. Ich würde nachher ein bisschen mehr dazu sagen, was wir herausbekommen haben. Kirsten, vielleicht magst du nachher auch noch deine Eindrücke erzählen, was du an Ergebnissen genommen hast. Sehr gerne. Sehr gerne. Das war eine faszinierende, spannende Erfahrung. So viel kann ich vorab schon mal sagen. Prima, danke schön. Also wir haben jetzt ganz viele Annahmen und jetzt machen wir einen ganz einfachen Trick. Wir beamen uns ins Jahr 2065 und wir verdrehen unsere Annahmen einfach in ihr Gegenteil. Also bei mir war es, Roboter haben kein Bewusstsein 2060, Roboter haben ein Bewusstsein. Und jetzt wäre Ihre Aufgabe, auf Ihrem Blatt Papier ganz wirklich stupide, wenn man so will, ganz einfach mechanisch die Annahmen in ihr Gegenteil zu bringen. Und vielleicht mag jemand, ich hoffe, dass das jetzt hier klappt, vielleicht mag jemand, sehen Sie das Chatfenster? Ja, vielleicht mag jemand seine Gegensatzpaare hier reintippen. Vielleicht jeder ein Gegensatzpaar. Also Gegensatzpaar 1 ist, Roboter haben kein Bewusstsein und das ist Roboter haben ein Bewusstsein. Genau, Innenstädte sind laut, Innenstädte sind leise. Jawohl. Roboter haben keine Gefühle, Roboter haben Gefühle. Genau. Innenstadt, die Menschen leben teilweise anonymisiert nebeneinander. Die Nachbarschaft bildet eine solidarische Community. Wunderbar. Innenstädte bestehen nur noch aus Ketten, nur noch Einzelhandel. Jawohl. Homeoffice, eine gängige Arbeitsweise, keine gängige Arbeitsweise. Okay, Innenstädten gibt es begrenzten Wohnraum. Wunderbar. Ausgezeichnet. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Okay, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir einen Ansatz für ein Szenario 2060. Jetzt haben wir eine Idee, wie könnte 2060 sein. Und wie gesagt, es geht darum, die Imagination zu erweitern. Es geht darum, Möglichkeitsräume zu erweitern. Und je mehr in einem Workshop sind und je mehr dieser Gegensatzpaare wir haben, desto mehr unterschiedliche Szenarien können wir natürlich auch machen in einer Gruppe und verstehen, in welche Richtung kann das denn gehen. Und was wir jetzt machen, jetzt überlegen wir uns in einem zweiten Schritt, was hat das denn für eine Konsequenz? Also, wenn Roboter ein Bewusstsein 2060 haben, dann möchte ich wissen, was hat das für eine Konsequenz und was ist die Konsequenz von der Konsequenz und was ist die Konsequenz von der Konsequenz? Das heißt also, wir suchen die Folge in der dritten Ordnung. Und das ist eine wunderbare Übung, nicht nur um Zukunft zu entwickeln, sondern das ist auch eine wunderbare Übung, um Produkte zu testen, um Entscheidungen zu testen, um langfristig und nachhaltig zu denken und dem Impuls des ersten Augenblickes etwas entgegenzusetzen, um zu verstehen, wie sehen denn eigentlich die langfristigen Folgen dessen aus, positiv und negativ. Also machen wir es mal am Beispiel des Roboters. Roboter haben ein Bewusstsein, dann haben Roboter eine Psyche. Wenn sie eine Psyche haben, dann haben sie womöglich Mental Health Issues. Und wenn sie Mental Health Issues haben, dann brauchen Roboter womöglich psychologische Betreuung. Und das wäre, glaube ich, etwas, worauf wir jetzt im ersten Schritt nicht gekommen wären, wenn wir gesagt haben, Roboter haben ein Bewusstsein. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, Dinge zu betrachten und auch zu fragen, okay, Punkt eins, was müssen wir denn, welche Weichen müssen wir denn jetzt und heute stellen, damit das, was am Schluss rauskommt und uns womöglich ein Problem beschert, was müssen wir jetzt präventiv machen, damit wir nicht 2060 sagen, oh Gott, oh Gott, was machen wir eigentlich mit all den fehlgeleiteten Robotern, die ein Trauma haben. Das heißt also, das ist eine Möglichkeit, vorausschauend Handlungen anzugehen. Und wir kommen auch mal ganz kurz zu Science Fiction. Vielleicht kennen Sie Isaac Asimov, das war der mit den Robotergesetzen. Der sagte, 1880 war es unglaublich einfach, das Auto zu prognostizieren. Das lag auf der Hand, dass ein motorgetriebene Kutsche kommen wird. Gute Science Fiction, sagt er, hat den Traffic Jam, also den Verkehrsstau, vorausgesagt. Das heißt also, auch hier wieder durch fiktionale Überlegungen, und wir kommen gleich darauf, wie das funktionieren kann, durch fiktionale Überlegungen zu schauen, was könnten denn die Auswirkungen positiv oder negativ sein. Also das ist das eine. Wir können verstehen, was müssen wir denn machen, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzeugen, beziehungsweise was müssten wir machen, um ein nicht gewünschtes Ergebnis nicht Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist das eine, was ich wunderbar finde an dieser Lösung. Das zweite finde ich, wenn wir solche verschiedenen Szenarien haben, dann gehen wir auch ganz anders mit einem ganz anderen Bewusstsein durch die Welt. Dann nehmen wir Signale plötzlich ganz anders wahr, weil wir haben verschiedene Zielbilder. Und jetzt kann ich Signale, die ich beispielsweise in der Zeitung lese oder ich höre, da gibt es ein Start-up, das hat sich um Roboterbewusstsein gekümmert. Jetzt bin ich plötzlich viel bewusster und sehe, aha, das könnte ja in die und die Richtung gehen. Das zweite und das dritte ist, es ist wirklich auch eine Möglichkeit zu überlegen, was killt uns morgen als Unternehmen oder ich bin selbstständig. Was sind Dinge, die mich morgen aus der Bahn werfen könnten? Also ein Threat-Casting, wenn man so will. Okay, und das würde ich jetzt gerne mit Ihnen kurz durchexerzieren. Wir haben den Chat, genau. Wirklich nur in drei Minuten ganz, ganz rudimentär überlegen Sie sich in Ihrem Gegensatzpaar. Also wir haben ein Gegensatzpaar, Sie haben die Annahme 2024 heute, dann haben Sie das gespiegelt in 2060, jetzt nehmen Sie die Annahme von 2060 und überlegen sich, was ist die Folge der Folge der Folge. Also was könnte die Folge sein von, wir nehmen mal, in Innenstädten gibt es unbegrenzten Wohnraum. Lassen Sie uns mal das als Beispiel nehmen. Was könnte die Folge dieser Szenarios sein, dieser Tatsache, dass es 2060 unbegrenzten Wohnraum gibt. Und was wäre dann die Folge dieser Folge? Städte breiten sich aus in der Fläche, genau. Sehr gut. Und wir ahnen schon, was das bedeutet. Das bedeutet wahrscheinlich Landfraß. Das bedeutet Konkurrenz zwischen städtischer Bebauung und Agrarflächen, wie wir sie ja jetzt schon haben. Alle haben einen bezahlbaren Wohnraum, genau. Alte Bauten werden saniert, genau. Neue gebaut, hohe Ressourcennutzung. Genau. Oh, genau. Im hunderten Stock zu wohnen ist der Standard. Dadurch sieht man den Himmel gar nicht mehr. Was bedeutet Auto weg? Also wir sind plötzlich bei der autobefreiten Innenstadt. Was bedeutet, wenn wir keine Autos mehr haben? Preise fallen dramatisch, genau. Was bedeutet es, wenn die Preise? Also wir müssten jetzt im Prinzip alles, was wir jetzt aufschreiben, würde bedeuten, wir müssten weiterhin jeweils die Konsequenz daraus bedenken. Was bedeutet es, wenn die Immobilienpreise drastisch sinken? Was hat das für eine Auswirkung? Und nehmen wir mal an, Sie sind jetzt Immobilienmakler. Dann wäre das natürlich eine Frage, mit der Sie sich massiv beschäftigen müssten. Was würde das für Ihr Geschäft bedeuten? Autoindustrie bricht zusammen, Wohlstand in Gefahr. Ja, exakt genau. Also, und das war tatsächlich auch so ein Szenario in dem Workshop bei der Regionalgruppe München, dass wir eine sehr positive Anhieb, sehr intuitiv, sehr positives Szenario hatten, von dem wir dann festgestellt haben am Schluss, boah, wenn man nicht aufpasst, ist dieses unglaublich positive Szenario am Schluss eigentlich dystopisch und wir müssen ganz schnell Maßnahmen ergreifen, begleitende Maßnahmen, damit der positive Effekt erhalten bleibt und nicht ins Negative umschlägt. Genau. All das, Frau Sorge, die auf dem Milibium-basiert gerät in Gefahr. Wunderbar, genau, richtig. Also, mir geht es jetzt einfach nur um das Prinzip, weniger hier um das Ergebnis, das schaffen wir in den 20 Sekunden nicht. Wie gesagt, das ist ein mehrschwindiger Prozess. Ich wollte Sie nur ganz kurz eine Fingerübung machen lassen, damit das Prinzip klar wird. Okay, so, jetzt haben wir also verstanden, was könnten die Implikationen unserer Entscheidung sein oder unseres Szenarios sein und jetzt wollen wir noch einen kleinen Schritt weiter gehen. Jetzt wollen wir diese Implikationen in einer Story testen. Warum wollen wir sie in einer Story testen? Ganz einfach deswegen, weil uns die Mechanik einer Story zwingt, die Perspektive zu wechseln. Für eine gute Story brauche ich ein Setting. Das heißt, ich muss mir überlegen, findet das in Afrika statt? Findet das in einer deutschen, sagen wir mal, Hochaufsiedlung statt? Findet meine Story in einem Unternehmen, in einem Forschungslabor statt? Das heißt, ich bin erst mal gezwungen, mir Gedanken zu machen, wie sieht eigentlich der Einsatzbereich beispielsweise meines Produktes, meines Geschäftsmodells oder meiner gesellschaftlichen Utopie aus? Also beispielsweise, wenn wir jetzt von der GWÖ ausgehen, ist das Setting möglicherweise nur beschränkt auf Deutschland, auf Europa. Kann GWÖ beispielsweise weltweit funktionieren, wenn wir uns ein Setting anschauen? Wir brauchen einen Helden. Der Held zwingt mich zu überlegen, wer ist eigentlich die, im Marketing sprecht, Persona? Also, wer ist denn die handelnde Person? Die beispielsweise Teil des Geschäftsmodells ist oder in der Innenstadt lebt? Nehmen wir mal von dem Innenstadt-Szenario aus, das Sie gerade skizziert haben. Es macht ganz sicher einen Unterschied, ob eine alleinerziehende Mutter mit vier Kindern kein Auto in der Innenstadt hat oder ob es sich um einen Lieber-Service handelt, der eine autofreie Innenstadt vorfindet oder ob es ein alleinstehendes Paar ohne Auto handelt. Das macht einen gravierenden Unterschied. Und durch ein Story-Muster bin ich gezwungen, mir genau darüber Gedanken zu machen, für wen bedeutet eigentlich das, was ich vorhabe, etwas? Lassen Sie uns das ganz kurz durchgehen. Und dann würden wir auch schon in eine kleine Sexwort-Geschichte gehen. Also, eine Story braucht ein Setting. Eine Geschichte braucht ein Helden, eine Heldin oder eine Gruppe von Helden. Die haben ein Motiv und ein Ziel. Ganz wichtig, der Konflikt. Es dreht sich alles um den Konflikt. Es gibt einen Helfer und es gibt eine Auflösung. Machen wir es mal anhand des Beispiels Batman. Aber es geht auch mit Harry Potter, mit Star Wars, mit sämtlichen Geschichten. Es geht mit Rotkäppchen. Die folgen alle einem ähnlichen Muster. Es gibt verschiedene Story-Muster. Das ist etwas, mit dem wir arbeiten. Aufnehmen wir Batman. Gotham City, Dunkel. Ich verstehe sofort die Regeln der Geschichte. Nämlich Faustrecht. Dystopisch. Der Held ist Batman. Das Motiv Rater im Wort seiner Eltern. Das Ziel ist, Gotham City vom Bösen zu befreien. Der Konflikt ist einmal ein innerer Konflikt. Nämlich das Böse ohne Gewalt oder ohne Blutvergießen möglichst zu regeln. Aber gleichzeitig natürlich Joker, Catwoman, wie auch immer die Bösen heißen, zu besiegen. Der Helfer ist Robin oder ist Alfred, der Butler oder ist das Batmobil. Übrigens, wenn wir Hersteller von Autos sind, dann sind wir nicht der Held. Mercedes ist nicht der Held, sondern Mercedes ist der Helfer, der einem Kunden ein Konflikt aus dem Weg räumt. So wie Alfred Batman dabei hilft, den Konflikt zu entschärfen. Und am Schluss gibt es eine Auflösung, die ist entweder gut oder nicht gut. Mit Aristoteles gesprochen, es ist entweder eine Komödie oder eine Tragödie. Es ist eine Utopie oder eine Dystopie. Und dieses Muster, wie gesagt, hilft uns dabei, genau zu überlegen, wie soll denn unsere Idee, beispielsweise einer autofreien Innenstadt, wie kann die in der Realität umgesetzt werden, anhand eines ganz konkreten Beispiels. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, das konkrete Beispiel. Es gibt eine Methode, die nennt sich Science-Fiction-Prototyping. Ein Intel-Manager, der ein wunderbares Buch dazu geschrieben hat, der gesagt hat, wir testen unsere Produkte erst mal im Rahmen einer Geschichte. Das ist sehr günstig. Kann nicht viel schief gehen. Kann nicht viel kaputt gehen. Und wir haben sehr schnell ein Verständnis darüber, was dieses Produkt zu leisten im Stande ist, weil wir brauchen einen Konflikt und unser Produkt muss einen Konflikt lösen. Und wir haben öfters die Situation, dass wir in Workshops sind und mit Kunden uns unterhalten und wir lassen uns das neue Produkt, die Innovation, erzählen. Und haben irgendwie so ein vages Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und wenn wir dann in den Story-Denk-Modus übertreten, dann stellen wir fest, der Konflikt des Kunden ist nicht groß genug, dass dieses Produkt relevant sein könnte. Und wir hatten dann die Situation, dass wir darüber geredet, dass wir dann die Perspektive gewechselt haben. Okay, aber könnte das für einen anderen Kunden das Produkt, der vielleicht einen viel größeren Konflikt hat, viel größeres Problem hat, könnte das nicht bedeuten, dass womöglich dieses Produkt für eine ganz andere Zielgruppe relevant ist. Und haben dann festgestellt, dass genau das der Fall ist und dass die ursprüngliche Idee nicht getragen hat, aber mit dem Perspektivwechsel auch eine andere Zielgruppe, weil die einen anderen Konflikt hat, der viel relevanter, viel wichtiger ist und als Helfer das Unternehmen da einspringen konnte, das Ganze eine andere Dynamik bekommen. Und was ich jetzt gerne mit Ihnen machen würde, wäre eine ganz kurze Story, die Sexwortgeschichte zu entwickeln. Also, es geht darum, Ihr Szenario mit Ihren Implikationen, die Sie entwickelt haben und in Ihren Implikationen, in Ihren Konsequenzen, ist ganz viel Konflikt drin, eine Sexwortgeschichte zu verfassen. Sexwortgeschichte, die berühmteste Sexwortgeschichte ist von Ernest Hemingway, in der die gesamte Tragik einer Familie in sechs Worten zusammengefasst ist, Babyshoes for sale, never worn. Und da ist ein wahnsinniger Konflikt, eine wahnsinnige Tragödie in diesen sechs Worten und das würde ich gerne mit Ihnen machen. Versuchen Sie mal, Ihr Szenario in sechs Worten auszudrücken und am besten geht es nach dieser Formel Problem, Lösung, Ergebnis. Problem, Lösung, Ergebnis. Zwei Worte Problem, zwei Worte Lösung, zwei Worte Ergebnis. Und schreiben Sie es gerne wieder in den Chat. Und würden wir in der Workshop-Situation sein, würden wir das natürlich jetzt nicht auf eine Sexwortgeschichte reduzieren, sondern wir würden da eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Christ, ich glaube, wir hatten eine halbe Stunde, auch das ist noch relativ wenig, um die Gedanken zu sortieren, um eine Geschichte daraus zu machen, die exemplarisch für das Szenario steht, das wir 2060 uns vorgestellt haben. Ich kann Ihnen ganz kurz die Sexwortgeschichte für unseren Roboter zeigen. Die würde lauten, Chip vernebelt, täglich traurig, Robo-Doc-Wann. Also erst das Problem, dann der Ruf nach Hilfe von dem Robo-Doc und die Hoffnung, dass er dadurch gehalten wird. Roboter weinen, Menschen hinterfragen ihre Menschlichkeit. Sehr gut. Roboter liebt Demente und begeht Selbstmord. Wow, ui, wenig Zeit, aber Homeoffice ist langweilig. Okay. Roboter bewusst wie Menschen braucht keinen. Okay. Aber Roboter weinen, Menschen hinterfragen, Menschlichkeit ausgezeichnet, Auto weg. Rikscha-Kargo-Buy ist möglich. Wunderbar. Sehr fein, ja. Okay, und ich sehe bei Alexander Mayer, ich sehe sofort ein Szenario vor mir. Ich sehe sofort, ich sehe auch bei Ihnen ein Rad im Hintergrund. Insofern ist das natürlich naheliegend. Sehr schön. Ich sehe, ich habe sofort ein Gefühl dafür. Ich sehe sofort, die Innenstadt ist voller Rikscha, voller Cargo-Bikes. Es gibt vielleicht nicht, wie es heute ist, eine Spur für Radfahrer, sondern es gibt eine Spur für Autofahrer extra. Vielleicht gibt es auch, und jetzt kämen wir natürlich in ein Szenario, in ein größeres Szenario, das wir ausarbeiten müssten. Das würde ja womöglich auch bedeuten, dass es Polizeifahrräder mit Elektroantrieb gibt. Die alle anderen haben keinen Elektroantrieb, Polizeifahrräder haben Elektroantrieb. Oder wir bräuchten Cargo-Bikes für Mediziner, damit die relativ schnell an ihre Stelle kommen, wo Hilfe benötigt ist. Das heißt, jetzt müssten wir tatsächlich in so eine Art World-Building einsteigen, um dieses Bild, dieses Szenario wesentlich stärker auszuhalten. Was wir davor machen würden, davor würden wir die Plausibilität prüfen. Also gehen wir mal von weg, Auto weg, Rikscha, Cargo-Bikes her, ist möglich. Jetzt würden wir tatsächlich Statistiken uns anschauen. Jetzt würden wir gucken, wie sieht das in anderen Ländern aus. Jetzt würden wir gucken, wie ist die Bereitschaft von Bürgern in Stuttgart, München, Hamburg, da mitzumachen. Das heißt, wir würden jetzt überlegen, die Plausibilität prüfen. Dann würden wir die Wünschenswertigkeit prüfen. Und dann würden wir in das Szenario-Building gehen. Und dann haben wir ein Zielbild vor Augen. Und mit diesem Zielbild würden wir arbeiten. Dann würden wir ins Backcasting gehen. Dann würden wir überlegen, okay, was müssen wir 2050 erreicht haben, damit wir 2060 dieses Szenario haben. Was müssen wir 2045 erreicht haben? 2040. Das heißt, wir würden dann rückwärts planen, um einen Fahrplan zu haben, damit wir dieses Ziel, diese Vision erreichen. Aber diese Vision ist unglaublich wichtig, weil wir müssen wissen, wohin wollen wir steuern? Was ist das Bild, das wir haben? Und deshalb auch die Story. Weil ich habe so viele Visionen gelesen oder so viele Szenarien gelesen, und die sind so blutleer. Die haben keine Kraft. Die haben nichts, von dem ich sagen würde, wow. Aber wenn ich so eine Story lese, dann verstehe ich, da ist Emotion dahinter, da ist Kraft dahinter, da ist ein Bild dahinter, das ich attraktiv finde und für das es sich auch zu kämpfen wird. Und das in Kürze wäre der Impuls, den ich gerne für Sie mitgegeben habe und hoffe, dass Sie damit etwas anfangen können.